Es ist mal wieder Zeit für Funfair-Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kirmes. Heute geht es für mich zum ersten Mal zur Wustown-Sylvesterparty ins Phantasialand. Jawoll! Erlebt ihr in diesem Video Achterbahn-Action zum Jahresende? Wie feiert man den Jahreswechsel im Freizeitpark und welche Kirmes- und Freizeitpark-YouTuber waren ebenfalls vor Ort? Das erfahrt ihr hier in diesem Video. Unfassbar, oder? Zusätzlich zeige ich euch noch eine preiswerte Unterkunft in der Nähe des Phantasialands. Also setzt euch hin und schließt die Bügel, denn wir zünden die Taron-Rakete. Jawoll! Willkommen zurück und herzlich willkommen, nein, noch nicht in Brühl, denn wir sind... Wo sind wir eigentlich? Äh, wie heißt das hier? Wir sind auf... Ach, das schießt ja auch. Wir sind gerade im Haus am See, Bed & Breakfast in Bornheim. Das ist ungefähr, ja, man geht, glaube ich, sieben Minuten zum Phantasialand. Und ich benachte hier mit Ben, zusammen mit der Phantime-Arena. Ob das gut geht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr cool eingerichtet hier. So ein Doppelbett. Dann haben wir hier, echt drauf eingerichtet hier alles, noch eine Sonne, wie heißt das Ding? Eine Kaffee, eine Espresso-Maschine. So, hier kann man es sehen, ne? Ich mach mal so einen Schwenk, dann könnt ihr das hier mal so ein bisschen... Da ist Herr Moritz, der schlägt irgendwie nebenan. Ist das hier unfassbar? Guten Morgen. Mahlzeit! Und hier ist unser super cooles Badezimmer. Guck euch das an. Oh, herrlich! Sogar mit Seife und so. Also ganz, ganz toll. Nobel eingerichtet. Hier nochmal. Da seht ihr, äh, komischen Typen. So, dann... Frühstück gibt es übrigens hier. Hier gibt es Frühstück. Cool gemacht, ne? Echt cool. Also, wenn ihr mal hier nächtigen wollt, kann ich nur empfehlen. Sieht echt toll aus. Ja, wir haben ja heute Silvester. Und normalerweise muss man hier auschecken um 10 Uhr oder was. Aber wir haben, da das Silvester ist, haben wir eine kleine Ausnahme. Wir können bis 12, glaube ich, hier sein. Und, ähm, Frühstück geht es, glaube ich, um 11 Uhr. War das richtig? Stößchen, ja. Stößchen. Was ist das denn? Hm, cool. Da gibt es bei euch im Monat. Die haben sie noch Cola. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ja, wir sind gerade eingetroffen. Es ist, äh... Also, ich bin gerade eingetroffen. Ihr seid schon wahrscheinlich länger hier. Ja, eine halbe Stunde länger. Halbe Stunde länger. Übrigens, bevor ich das vergesse, ähm, abonniert mal Kimmels Fanmopol. Er braucht noch ungefähr 50 Abonnenten. Ja. Und dann hat... Sehr, sehr, sehr nett von euch. Ich weiß noch nicht, wann das Video rauskommt. Von daher kann auch schon sein, dass du schon 100.000 Abonnenten hast. Ja, abonniert trotzdem. Ist doch egal, ne? Also, ich höre mal so. Nice Video, sag ich nur. Schaut noch mal bei mir vorbei. Dieser Satz, ich weiß gar nicht. Wie oft hast du ihn schon gehört? Gelesen öfter. Oder das Video ist gerade bei zwei Sekunden online. Hier liegt zu meinem Kanal. Oh, da kommt jemand. Da kommt jemand. Da ist, äh, äh, zwei Sekunden gerade online und dann schon, äh, gib ihm, ne? Ja, gut, wir, ähm, gehen gleich ins Phantasia-Land. Big Party, heute ist bis 18 Uhr auf. Und dann war das Phantasia-Land. Und dann bis 4 Uhr. Und dann bis 4 Uhr. Also, wir haben heute einiges zu tun. Stress. Stress. Stress ohne Ende. Und der Papa hat gerade Autofahrt, der sich von 5,5 Stunden. Ja, erst mal eine Runde pennen. Erst mal eine Runde pennen, ja, genau. Nee, ist nicht. Nicht schlafen. So. Ich grüße meine Mama. Ich grüße alle, die ich kenne. Great Video. Seemann. So, fast wie zu Hause, oder? Die Ostsee? Willkommen im Lübecker Studio. Ich habe euch noch vergessen, ähm, hier geht's ja noch zum anderen Zimmer. Zu Moritz, äh, hier, das ist euer Zimmer, ne? Grüß dich. Hi. Ja, ist doch... Boah, ein bisschen zu privat. Ist ein bisschen zu privat, deswegen mache ich das, die, 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 die Kamera ist aus. Oh, das ist gut. Ja, alle hier, ne? Alle anwesend, hier macht gerade hier Instagram, Great Picture, ne? Ja, ja, ja. Ja, macht so seinen Angestellten, oder? Great Picture. Hier schön, äh, mit Ausblick nach Privat. Wir haben auch das Haus am See. Sehr cool. Und, Kinder, was ich gerade, was mir gerade erzählt worden ist, da hinten ist Bistory Castle. Ah, das Gänsehaut. Warte mal, ich weiß mal, kann man das sehen? Ja, hinter einem Baum, ich muss rausgehen, dann ist es nicht. Ach, da, 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 warte, warte, warte. Jetzt könnt ihr es sehen, da, ja, aber so. Ja, aber das ist mit Fenster, das, ja, ja, das fokussiert da, muss ich den Bau. Das ist egal, seht ihr da bestimmt, da hinten ist, ist ja, seht ihr ja, ne? So sieht das hier aus, auch wieder mit Espresso und hast du nicht gesehen, im Bett wie zu Hause. Und, ihr habt Badewanne. Wir haben eine Badewanne. Da gehe ich mich schön heute. Komm, wir haben die Glase. Guck mal hier, cool, oder? Und wir haben Seenblick auch hier wieder. Und ihr habt, nee, Forstblick. Forstblick. Sees auch. Bestimmt, ihr habt einen großen Spiegel und so. Und, äh, Great Picture. Plplplplpl. Cool, ne? So, man kann man sehen. Obwohl, ihr könnt ja warten und ich... Das ist jetzt nicht hier. Nee. Lass mal. Ich muss noch fahren. Lass mal. Gut, das wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Also wirklich dort eingerichtet hier. Äh. Und, äh, jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Phantasialand. Jawoll. Was machen die da so lange immer noch? Taschenkontrolle ist ja unfassbar. So, äh, wir sind jetzt gerade im Phantasialand. Ah. Ach was. Wetter ist so semi, kann man sagen, ne? Wetter ist so, so lala. Also, ja, es regnet nicht. Wir haben noch ein bisschen Glück. Und wir sind jetzt, glaube ich, kurz vor zwei. Und was machen wir als erstes eigentlich? Wir sind uns als erstes. 20 nach zwei. 20 nach zwei exakt, middle-europäische Zeit. Und, äh, wir wollten, wollen wir erst was essen oder wollen wir noch irgendwas fahren oder was oder wie? Ja. Ihr entscheidet. Ja. 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 Oder fahren. Ja, oder. Ja, oder. Ja. Ja, wo habe ich Hunger denn eigentlich? Keine Ahnung. Kurze nach zwei. Ja. Kurze nach zwei. Kurze nach zwei. M-E-Z. 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 Und, äh, ja, am Eingang war nichts los. Aber gut, wir sind auch ein bisschen später, ne? Und, äh, ist für mich übrigens das erste Mal im Phantasialand. Bin sehr gespannt auf die Wuseltown, äh, heißt auch so, ne? Party. Wuseltown. Wie heißen das? Wuseltown. Wie komme ich denn nach Wuselt? Wuseltown. Wie komme ich denn nach Wuseltown? Wuseltown. 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 So, wir sind jetzt, äh, wir sind gerade, äh, Wuseltown. Ne, wie heißt das nochmal? Was sind wir gerade gefahren vorhin? Wiese. Wiese. Wuseltown sind wir gerade gefahren. Ja, wie gesagt, wir sind, äh, RSML, wir wissen. Absolut. Schienenlänge? Was? Schienenlänge? Schienenlänge? Keine Ahnung. Lang. Äh, ach, und davor sind wir noch ein Maus und Schokolade gefahren. So, und dann waren wir vorhin gerade in der Hollywood-Tour und wer ruft an? Willi. Hallöschön. Willi ist natürlich auch wieder dabei. Willi wie jetzt hier war? Ach, bestens. Bestens, sagst du? Bestens, ja. Ja, ich freue mich auf heute Abend. Stimmt, Willi ist nämlich auch dabei, weil wir feiern heute richtiges Ausreden. Schön wie Rheinländer das hier machen, ne? Dafür bin ich ja eigentlich hier, ne? So bin ich ja gar nicht hier. Du bist doch so selten hier. Ja, gestern zum Beispiel. Gestern warst du hier? Gestern war ich auch hier. Wie häufig hast du das Phantasialand mittlerweile jetzt besucht? Äh, jetzt im Winter. Im Winter? Im Winter nur dreimal. Was? Was ist mit dir los? Mehr nicht. Ist doch unfassbar, oder? Keine Zeit gehabt. Keine Zeit gehabt. Das sind immer gute Ausreden, weißt du? Und jetzt gehen wir, wo gehen wir denn jetzt hin? Dahin. Achso, wir fahren jetzt, äh, wie heißt das nochmal? Äh, äh, was? De Dunkelachterbahn. Ein Tempel. Wir fahren jetzt die Dunkelachterbahn, äh, Tempel of the Nighthawk, jawoll. Na? Voll Nebel. Äh, wir sind, ich weiß gar nicht, jetzt ist es schon mittlerweile abends, kurz vor 18 Uhr. Äh, ich hab jetzt weniger gefilmt. Oh, wir sind gerade hier bei Taron. Oh, Nebel, oh. Hört ihr das? Ne, könnt ihr nicht hören. Egal. Äh, wir waren bei, wie heißt das nochmal? Die Taverne? Die Taverne? Wie heißt sie? Äh, Rudmoos Taverne. Ja, genau, Rudmoos Taverne. Waren wir schön Schnitzel gegessen. Also ich zumindest. Äh, was hat... Ich auch. So, ne? Ja, hier, äh, äh, Apfelkuchen. Guck mal, ja. Der Moritz hat auch, äh, Apfelkuchen gegessen. Ich hab doch gar keine Apfelkuchen gegessen. Was erzähl ich denn da? Ähm, dann sind wir nochmal schön Taron, äh, 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 nachts gefahren. War sehr, sehr geil. Also gerade der zweite Launch mit den ganzen Nebeln, du siehst gar nichts mehr. Ich bin nur noch durchgeballert. Äh, richtig super, gar. Ähm, was sind wir noch gefahren? An Tauren im Helm sind wir auch noch gefahren. Unfassbar. Und was sind wir noch gefahren? Das war's, ne? Hollywood-Tour und... Ah, ja, stimmt. Hollywood-Tour und, äh, Temple of the Nighthawk, ne? Ja, genau. Und jetzt gehen wir zum Hotel zurück, umziehen, weil gleich geht die Party los, um 20 Uhr haben wir Einlass. Und, ähm, ja. Punkt. Also. Ach so, zur Party werde ich wahrscheinlich nicht das, äh, nicht die kleinste Video-Kamera der Welt mitnehmen, weil es mir ein bisschen... Ja. Oh, schade. Ja, Kinder, so ist das nochmal. Äh, ich werde aber ein iPhone mitnehmen, aber nicht viel filmen, weil man will ja auch mal ein bisschen, äh, Spaß haben. Nur On-Rides. Ich mach nur On-Rides, genau. Also, wir sehen uns irgendwann. Tschüss. Was? Warum sag ich eigentlich immer, ach komm, egal. Cut. Tschüss. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, ah? Ja. 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 Ich hab meine Baba- teraz. Wie geht's frase, Magic. Ooh, äh. Being und qui, bloßt no, m Murder. Ach, ach, ach. Wir sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, 30, 40 Leute, ich fahre jetzt schon falsch auf die Fresse. Ich habe noch kein Usu gehabt, Kinders. Wir fahren jetzt gleich, wie heißt er noch? Wir warten, glaube ich. Eine von beiden, irgendwas fahren wir, keine Ahnung. Ich habe schon ein Getränk gehabt, muss ich sagen, wie heißt er noch mal? Wodka Red Bull, mit so wenig Red Bull drin. Was ist denn da? Ist das ein Vlog? Hallo! USA! 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 Wir sind 30 Leute, ich weiß gar nicht mehr, wen ich alles hallo schon gesagt habe, wen nicht. Kommt ihr das? Und ich filme gerade mit der kleinsten Vlog-Kamera der Welt, aber diesmal richtig. So, ich zeige euch gleich noch mal die Location. Weißt du? Jawoll! Hey! Abfuss! Abfuss! Hey! 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 Vorsicht, das singe ich über Kopf, ne? Du bist doch bescheid, ne? Halt die Haare fest! Hey! 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 Oh, ich seh gar nicht. Einen guten Rutsch wünschen für euch, ne? Aus dem, wie heißt das Ding? Danke, Ben, fürs Halten. Es war so richtig geile Location hier. Und ich hab bis jetzt auch nur zwei Getränke geschafft. Aber es reicht mir, glaub ich, auch. Richtig geile Stimmung. Und Minias Force war auch schon gefahren. Reicht! Willi, was fahren wir jetzt? Wir fahren Minias. Wir fahren jetzt Winias. Ja. Ja, genau. Und, äh... Lass uns die Kopfball jetzt mal wieder mal gut, gut schütteln. Genau. Wir fahren jetzt Winias und wir fahren jetzt mit Annikas Bahn. Grüße an Annika. Wollt ihr das jetzt nicht, warte mal. Äh, wie mach ich das hier? Scheiße! Anika! 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 So, Kinders, wir haben es jetzt, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Zehn vor zwölf. Bin ich denn voll oder was? Nein, bin ich nicht. Ich habe heute nur 23 Uhr so. Willi, Willi, wir sind heute, wir sind dreimal Windjahrs, wie heißt das nochmal? Vorausgefahren, ne? Viers und Vorausgefahren. Ja, Grüße an Annika und die Kollegin, deren Namen weiß ich gar nicht, aber den Namen weiß ich vielleicht nachher. Die Kollegin heißt Bianca, ist 42 Jahre alt und kommt aus dem Fernen in Booshaun. Wer? Bianca, wer ist das denn? 24. Wer? Ja, wir runter. Also auf jeden Fall, hier sehr cool, zeige ich euch gleich mal, haben wir hier schön, können uns gleich ein, wie heißt das nochmal, Sektchen organisieren und dann stoßen wir auf das neue Jahr. Was war dein Highlight 2018, mein Sohn? Erzähl mal. Erzähl mal, Papa. Mein Highlight 2018, wieder viele neue Leute kennengelernt. Jawoll. Das ist mein Highlight gewählt. Sehr viele neue Leute. Also, wir stoßen an und gleich gibt's das Feuer weg und jetzt rein für uns erstmal 16. Jawoll. Looping. Prost. Das ist nicht das Celebration. Ich bin da. Mein Highlight 2018, meine C gegriffen ist believing den Boss. Erzähl mal, wo geht es das Feuer weg und jetzt rein? Ja, 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 ja! Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Rund Romans Schönen Käffchen, schönes Vollprogramm, alles was Nussknacker und fastbar oder Nussknacker hier, das habe ich schon wieder gesagt, Tee und alles, guck mal hier gibt's Hörnchen, wie gesagt, wo ist es gesoffen gestern, hier gibt's richtig schön und wir haben Radio, alles, ne? Also richtig toll, wir haben es jetzt kurz vor zwölf, wann müssen wir raus, Moritz? Um zwölf. Ben war gerade in der Keramikabteilung. Ich hab mal geguckt in der Keramikabteilung. Es ist wunderschön dort. Ja? Ja. Schön war's, ne? Schön. Was sagt ihr zur Veranstaltung, was cool? Mein Bett war bequem. Die Getränke waren, äh, die Achterwand war geil. Die Achterwand war aber, Wir sind so rum und noch in Oslo gefahren. Und rückwärts auch. Und im Kreis. Ich war so lustig gestern. Ja, aber ich bin dreimal acht. Also ich kann auch nur sagen, Zeitgegen wie im Fluge und, äh, viel auf ne Achterwand. Ja, wir, was? Zeitgegen wie auf ne Achterwand. Ja, ist ja krass, ey. Deswegen würd ich sagen, ich hab nicht alles gesagt, ja, ich hab alles gesagt. Also, äh, frohes neues Jahr wünschen wir euch. Bis zum nächsten Jahr, dann. Bis zum nächsten Jahr, wir kommen wieder, weißt du. So, deswegen sag ich einfach ein paar so spontan, wir schalten zurück ins... Lübecker Studio. Jawoll. Können, das ist was für eine Party. Ähm, ich hab natürlich nur Tee getrunken, ist klar, ne? Also das nur, ähm, mhm. Ja, was soll ich großartig sagen? Äh, willkommen zurück im Lübecker Studio. Unfassbar, oder? Da sind wir wieder, war. Äh, ja, eine wirklich tolle Veranstaltung. Ich kann's euch nur, äh, empfehlen, dort auch mal Silvester zu feiern. Ähm, ja, alleine oben mit einer Achterbahn zu fahren, während unten die Leute abfeiern. Das ist schon eine wirklich sehr spezielle Location. Und die Zeit verging wirklich wie ratzfatz im Fluge. Äh, gerade mal ist es 20 Uhr und zack, ist es auch schon 4 Uhr morgens. Ähm, ja, und das soll schon was heißen, ne? Also, wie gesagt, Fahrt dahin, lohnt sich wirklich. Und auch, ähm, äh, falls die beiden, äh, Hotels im Phantasialand, äh, ausgebucht sind, da gibt's, wie gesagt, echt eine gute, preiswerte Alternative. Dort, wo wir übernachtet haben, am Haus am See, äh, verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Äh, den Link zu der Webseite. Schöne Grüße nochmal an Simone. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Und, äh, es ist wirklich ein super geiles Frühstück. Also, sowas hab ich ohne Scheiß noch nicht erlebt. Äh, sie sorgt einfach um ihre Gäste da, ne? Und, äh, es hat uns allen sehr, sehr gefallen. Und das natürlich coole war, dass drei, äh, oder sogar vier YouTuber, ich weiß es gar nicht, sind das 204? Man weiß es nicht. Äh, dort waren, das ganze Hotel gemietet haben. Und zwar wie schon eine YouTuber-WG. Äh, war echt toll. Also, ja, äh, sollte man wiederholen, wahr? Ja, ja, jetzt hab ich natürlich noch eine Frage an euch. Ähm, wie ist eure persönliche Meinung über die Woos Town, ähm, Silvester-Party? Schreibt es gerne mal in die Kommentare hier auf YouTube, Twitter, Instagram, ob ihr wisst schon wo. Und wo habt ihr, oder, äh, habt ihr auch mal Silvester im Phantasialand gefeiert? Muss ja nicht die Woos Town, äh, Party sein. Es gibt ja noch andere Locations wie Fantissima, äh, Stocks, glaub ich, da. Beatles war irgendwas, äh, im afrikanischen Bereich war auch noch irgendwas. Und am asiatischen Hotel. Äh, schreibt mal gerne eure Erfahrungen hier unten in die Kommentare. Äh, weil, wie gesagt, ich war ja bisher nur auf der Woos Town, äh, ich hab das grad wieder beim Schneiden gesehen. Manchmal sag ich Woosetown. Also, es ist unfassbar, ne? Ich bin so, äh, ja, kein Kommentar. Ja, ja, falls ihr jetzt dieses Video auf YouTube oder Google Plus schaut, dann blende ich euch nochmal hier oben rechts die interaktive Umfrage ein, die wie folgt, lautet. Würdet ihr im neuen Hotel Charles Lindbergh, oder Lindbergh, wie spricht man das aus, übernachten? Äh, ja, nein, oder weiß ich noch nicht. Äh, nehmt gerne an dieser interaktiven Umfrage teil und das Ergebnis, als natürlich auch das ein oder andere Kommentar von euch, werde ich wie gewohnt in der nächsten Funfam-Blog-Ausgabe präsentieren. Muss noch kurz so noch gucken. So, in der letzten Funfam-Blog-Ausgabe gab es ja die Outtakes 2018, ähm, und da hab ich euch gefragt, wie feiert ihr Silvester? Und da gab es auch noch die Umfrage, die nämlich da steht, wie bewertet ihr den Heidepark Soltau? Und ausreichend haben 31% gesagt, befriedigend haben 28% gesagt, gut, haben 14% gesagt, ebenfalls mit 14% haben, äh, mangelhaft gesagt, mangelhaft gesagt, äh, äh, sagt man das so? Äh, komm's. Und, äh, immerhin 11% sagen, sehr gut. Ja, ich hätte ja echt erwartet, dass die meisten, äh, ja, mangelhaft, dass der auf den zweiten Platz landet, aber kann's mal sehen, ne? Also, man ist doch schon überrascht. Hm. Ja, in der, ähm, äh, dann schauen wir nochmal eure Kommentare. Auf YouTube zum Beispiel schrieb der Thomas Sündgerath, ich hab's bestimmt wieder falsch ausgesprochen, sorry, äh, unfassbar, oder? Äh, wurde mal Zeit, dass man was von dir hört? Wir feiern zu Hause und da wir lieber auf die Chemies gehen, hat sich die zweite Frage für uns erledigt. Viele Grüße, jawoll, viele Grüße zurück und, ähm, ja, hat's ein bisschen gedauert, aber wie gesagt, ich war ja gesundheitlich eingeschlagen und dennoch, äh, viel um die Ohren gehabt, deswegen hat's ein bisschen gedauert mit dem nächsten Video, äh, läuft wahr? So, äh, ja, vielen Dank, lieber Thomas, für deinen Kommentar. Ja, dann schauen wir nochmal auf, ja, ist auch nochmal Facebook, ja, wuuuuh, hallo. Äh, Marco Hefka, wir haben dieses Jahr recht viele Freizeitparks besucht. Drauner Zand, wo ist der denn? Ist das in den Niederlanden? Drauner Zand, kenn ich nicht. Efteling, Jadapark, Slarkhagen und Heidepark. Im letzten werden wir wohl nicht mehr hingehen. Uh, so viele Sachen, die dort außer Betrieb sind, Personal, das nicht weiß, was im Schlimmungsfall zu tun ist, dadurch sehr lange Wartezeiten. Wir haben noch nie so ein Chaos erlebt, wie im Heidepark. Auch passen viele Bereiche nicht so richtig zusammen, wie zum Beispiel Drachenzähmen und im Hintergrund das Allendorf. Also Heidepark ausreichend. Ja, vielen Dank, lieber Marco, für deine ehrliche Meinung. Ähm, ich war ja im Heidepark jetzt auch schon lange nicht mehr, ne? Bestimmt wieder drei, vier Jahre. Äh, nehmen das aber natürlich auch alles wahr und, äh, ja, mir passt da auch nicht so alles, aber... Naja, wollen wir mal gucken, wie es dieses Jahr Wert Kolossus wird eröffnet. Sind wir mal gespannt, wa? Ja, vielen, äh, vielen Dank an alle, die wieder fleißig kommentiert haben. Ich habe alles durchgelesen und weiter so, jawoll! Hey! Jetzt haben wir, jetzt kommen wieder die Spiele... Ah, Moment halt, ich habe was vergessen. Ich habe am 7, ich habe nochmal wieder Weihnachtspost bekommen. Und zwar am 27. Dezember 2018 habe ich von Lisa und, äh, Simon sehr liebe Post bekommen. Blende ich euch jetzt mal ein. Äh, das war eine DVD und, äh, so ein, äh, so ein, äh, wie nennt man das? Eine Weihnachtskarte. Vielen, vielen Dank. Ich habe die DVD mir auch schon angeschaut. Äh, gute alte Zeit, sag ich nur. Äh, Power Tower 2 mit, äh, wer war im Mikro? Ich glaube Kevin, glaube ich, ne? Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Hat mich sehr gefreut darüber. Das wollte ich nochmal ganz kurz erwähnen. Und jetzt haben die Spender wieder das Wort. Äh, wir schauen einfach mal, wer hat denn seit dem, äh, 2. Januar 2019 gespendet. Da wäre einmal der Nikolai mit 5 Euro. Fortlaufende, monatliche Spende, äh, Funfair-Blog. Ja, vielen lieben Dank, äh, viel, äh, die, ich weiß, du hast einen Dauerauftrag, äh, wie sagt man, erstellt, beauftragt. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Nikolai, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Dann, schöne Grüße. Dann nochmal, Petra, 5 Euro. So, vielen, vielen lieben Dank. Dann, Melena hat 1 Euro gespendet. Dankeschön. Jonas hat ebenfalls 1 Euro gespendet. Beschreibt dazu, tolle Arbeit, Lars. Tolle Arbeit, Lars. Weiter so, ich freue mich über jedes Video. Liebe Grüße vom Kim ist Jonas. Vielen Dank, lieber, äh, Jonas. Äh, Raphael hat auch 1 Euro gespendet. Dankeschön. Und schreibt dazu, ATTENTION! In Klammern, Jingle. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, Amazon Partnerprogramm hat 25,61 Euro gesendet. Nee, ich habe einen Gutschein darüber bekommen. Also hier unten in der Videobeschreibung seht ihr ja immer so die, die, meine Videoausrüstung und sowas alles. Und wenn ihr da raufklickt, was kauft, dann bekomme ich eine kleine, äh, wie sagt man dazu, Provision, ohne dass ihr aber dafür mehr bezahlt. Also an dieser Stelle herzlichen Dank. Und dann, äh, ab einer gewissen Summe bekommt man eben so einen, so einen, ich glaube ab 25 Euro kriegst du dann so einen Amazon-Gutschein. Und den habe ich auch sofort eingelöst, äh, um hier, wie sagt man, ähm, neuen Akku für die, für die, äh, GoPro doch zu kaufen, weil der immer so, zack, leer, also schnell leer geht. Unfassbar, oder? So, was wollte ich denn noch? Ähm, ja, äh, wenn ihr auch, äh, Funfair-Blog unterstützen möchtet finanziell, dann könnt ihr das, äh, findet ihr alle sämtlichen Informationen unten in der Videobeschreibung und ihr nehmt dann, ähm, ähm, äh, unregelmäßigen Gewinnspielteilen und was dann noch alles. Newsletter erhaltet, 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 bekommt ihr, hab ich den Uso gesoffen oder was? Nein, kann gar nicht sein. Ähm, und dann, äh, ja, dann läuft das alles. Läuft das alles. Oh man, ich bin halt wieder so durcheinander, Kinders, äh, so ist das nun mal, ne? Mann, ich will mich auch nicht verstellen. So, was wollte ich jetzt sagen? Das soll's von mir gewesen sein. Äh, hab ich irgendwas vergessen? Bestimmt, egal. Äh, ja, manchmal sind wir folgen wie immer die Outtakes und wie immer die Outtakes. Wir sehen uns in der, hoffentlich, in der nächsten Fabian-Blog-Ausgabe wieder. Äh, deswegen würde ich sagen, macht's gut und ciao. Mh. Ben ist gerade auf dem Pott. Mh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020